Der hat auch nicht so die Handlingwerte wie mein Ferrari, aber man wird schon sehen, ist ja deutsche Ingenieurskunst, mehr oder weniger. Ja, die gab es aber schon in Forza 4, die Strecke, ne, meine ich. Ja. Also, es ist halt immer schwer zu erkennen, weil sich grafisch schon ordentlich was getan hat, aber den Streckenverlauf, der kam mir doch sehr bekannt vor. Ja, ja, die gab es schon. Also, ich glaube, bei dem hier ist das Rennen in Australien mit dazugekommen, dann hier Prag. Und, und, äh, Spa, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber dafür fehlt halt immer noch, ich starte schon wieder von ganz hinten hier. Das Spiel hat was gegen mich. Gut, aber das, was an Strecken neu dazugekommen ist, das fehlt natürlich auf der anderen Seite deutlich. Also, gerade hier ist sowas wie, wie eine Nordschleife. Vermiss ich dann doch schon. Oh, es ist gefährlich hier. Ah, da sind wir ja noch gut durchgekommen. Oh, wir sind. Nein. Ah, die schießen sich. Nein! Ach, der Wichser. Oh, ihr fliegt eine Teile durch die Gegend. Ah, ich bin 16. Weil die sich da gegenseitig angeschubst haben. Scheiße, 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 scheiße. Ja, sprich dich aus. Das war ein Abflug vom allerfeinsten. Aber er fährt noch. Mehr oder weniger. Ich hatte mich so schön durchgeboxt. Und dann musste einer mit dem anderen hier Ringelpitz mit Anfassen spielen. Und... Ja, dann war ich auch draußen. Shit. Ja, jetzt bin ich wenigstens wieder hinter dir. Ja, dann sind wir... Die letzten beiden Plätze sind unsers. Die kann uns schon mal keiner mehr nehmen. Ach, dieser scheiß Rasen. Bleib bloß da drüben. Ach, nein, Rasen. Tschüss. Ja. Tschüss. Oh, Mann. Also der Porsche ist ganz schön am Driften hier. Ich gehe dauernd immer ein bisschen in die Plätze, weil ich mich nicht traue, ey. Nein! Das war die Lenkung. Mein Wagen ist noch ganz. Noch. Nee, ich habe jetzt gerade schon einen Schlag gekriegt, also. Ja, fahren wir mit deiner Corvette auch noch rein. Warum auch nicht, ne? Ja, scheiße. Da fährt schon der erste in die Box. Das heißt, du wirst nicht mehr letzter. Alter! Alter! Wow! Ja, mir bleibt ja gar nicht. Der Wichser. Der andere fährt ja nicht mehr. Aha. Verdrängt er mich in die Wand rein, ey. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich wieder Zehnter. Ach, alter Schede. Das ist aber nicht so premium, was wir hier gerade abfeiern. Ach, und ich schalte nochmal richtig gut in den ersten Gang. Ich bin auch gerade die Schaltung von dem Ferrari gewöhnt. Also von dem anderen Ferrari. Oh, 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 oh. Oh, Gott. Jetzt bin ich wieder zwölf, ey. Und diesmal wirklich selbst schuld. Oh, nee. Mann, oh, Mann. So, jetzt dümpeln wir einfach mal dem Feld hinterher. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach, nein. Ja, ich bin auch wieder Dreizehnter. Hey, das freut mich. Wie schließt du dir auf? Ich glaub, das kannst du vergessen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, 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 die Kurve hatte ich vergessen. Nein. Ach, das ist ja ein Trauerspiel. Oh, bitte nicht. Komm, bitte noch ein paar Plätze nur. Ein paar Plätze nur gut machen. Oh, scheiße. Einmal konzentriert fahren, bitte. Also, ich muss sagen, der ist jetzt unfahrbar hier. Also, der bricht mir in jede Kurve aus. Ja, willkommen in meinem letzten Rennen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, scheiße. Ja, gut, das war das. Also, ich habe mich jetzt wunderbar überschlagen. Der Bremspunkt nicht richtig gekriegt und, äh, ja. Schön. Der Karten läuft nicht mehr. Ups. Ein Fahrerkollegen erstmal schön hinten drauf. Und jetzt, ich glaube, das ist eine 50, oder? Ja, das ist eine 50, war gar keine 40. Oh, da kommt ja schon der Rest vom Feld. Aber das ist traurig. Ja, traurig ist das Ergebnis schon, aber immerhin habe ich mich noch auf den sechsten Platz gerettet. Und da hatte ich meine Revanche. Auch wenn das nicht so wirklich geil ist, wenn da einer sich kaputt fährt. Aber das war dir auch egal. Ach, guck mal, da sitzt du ja. Tschüss. Tschüss. Das Auto, das sieht aus wie, ja. Ja, meins auch. Das hat nicht mehr so wirklich was von dem F40. Ja, gut, aber deiner hat sich auch nicht überschlagen, ne? Nee, dann hätte ich auch gerne mal gesehen, deinen Wagen jetzt. Oder ich hätte auch gerne den Crash, weil das überschlagen mal gern gesehen. Ich habe es über die Dings aufgenommen, über die Xbox. Also das müsste dann nachher normalerweise im Upload-Studio sein. Ja, dann lad es mal hoch und dann lad es mal auf SkyDrive, beziehungsweise das heißt ja jetzt anders. OneDrive heißt es ja jetzt inzwischen. Das heißt ja jetzt inzwischen.